Hallihallo ihr Lieben! Oh, es ist wieder ein schöner Umschlag gekommen. Schaut mir, der ist pink. Ist das nicht cool? Ich finde es total klasse. Ja, diesmal von Lillies Reich. Allerdings ist es Plastik und lässt sich etwas schwer öffnen. Aber ich habe beschlossen, ich nehme euch dieses Mal mit, da ich ja schon so oft die Umschläge einfach aufgemacht habe, ohne euch mitzunehmen. Und das wollte ich dieses Mal nicht tun. So, ich habe wieder was Schönes bestellt. Oh, schaut mal wie süß! Das ist ja mal schön gemacht. Gut, die Rechnung, die tun wir mal gleich weg. Ich werde euch das Ganze natürlich unten wieder verlinken. Hi Manuela, danke, dass du dich für die Produkte entschieden hast. Ich wünsche dir viel Spaß damit und hoffe, dass du viel Freude bereitet. Mit Steffi. Ich würde mich über eine positive Wertung freuen. Sehr schön, sehr, sehr schön, ganz goldig gemacht. Das ist auch sehr personalisiert, finde ich auch total süß. Schaut mal, hier ist so eine ganz süße... Oh, die werde ich definitiv für ein Spiel benutzen, weil ich die so goldig finde mit diesem Herzchen drauf. Die wandert auf jeden Fall ein an das Spiel, wo ich eine ganz normale habe. Hier steht auch nochmal Dankeschön. Ich habe zu danken, meine Liebe. Oh, oh, da kommt einiges raus. Oh Gott, bin ich happy. Schaut mal, ich habe dieses endlos geile Rubbel bestellt. Guck mal, wie das glitzert. Ich stehe total auf Glitzer. Oh, ist das nicht geil? Diese Holo-Effekt. Oh, der Hammer, oder? Also ich finde es mega, 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 mega. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe mir nochmal... Das ja süß, da ist ja auch noch einer dabei. Sehr schön. Habe ich mir die vier Jahreszeiten bestellt. Weil ich was gesucht habe, was ich auch das ganze Jahr drin haben kann. Und das ist wirklich schön. Schaut mal, es ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ich muss mal so ein Stückchen vor... Jetzt könnt ihr es besser lesen, ja. Ihr könnt hier immer auf die Ereignisfelder schauen, was man eben einspart. Und man sieht hier, der höchste Betrag liegt bei 15 Euro, wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe. Also auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich finde es mega, mega, mega. Vor allem, man weiß nie, was man hat. Man muss wirklich dann erst mal umdrehen und gucken. Und ja, schauen. Oh, da ist auch noch ein Beinder dabei. Ein Trecker? Beinder? Ein Sparfeld. Ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll. Sehr schön gemacht mit dem Regenbogen und dem Tannenbaum und oben. Also echt toll. Auch alle vier Jahreszeiten wieder drauf zu gespiegelt. Und die Felder sind schön klein, so dass man das wirklich sehr gut eintragen kann. und ein Würfel. Ich glaube sogar, man konnte sich den Würfel aussuchen. Falls nicht, entschuldige ich mich schon mal. Aber ich fand den echt, ich finde den echt schön. Bei irgendeinem Spiel... Ah, nein, konnte man nicht. Nee, nee. Der ist so in dieser Farbe dabei, wobei der ja super von der Farbe zu dem ganzen Spiel passt. Und auch natürlich so einfach in den Beiner bei mir mit reingetan wird. Dann sehr schöne Größe, muss ich sagen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Ein wirklich sehr, sehr schöner Würfel. Und vielen Dank nochmal für die zusätzlichen Klammer. Die wird tatsächlich dann an ein anderes Sparspiel bei mir drankommen. Oh, ich sehe gerade, dass ein Haar... Entschuldigt, Leute. Ich habe ein bisschen Haarausfall im Moment. Ja, und von daher sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Vielen lieben Dank für diese tollen Produkte. Ich werde jetzt gleich im Anschluss einen zweiten aufmachen. Das filme ich gleich. Also beziehungsweise ich werde es euch zusammenschneiden. Deswegen wundert euch nicht, falls es einen Cut gibt und ich eventuell andere Nägel oder einen anderen Untergrund habe oder so. Dann wundert euch nicht. Denn ich habe zwei Sachen bestellt und die werde ich euch auf ein Video verlinken, damit ihr nicht so ganz kurze Videos habt. Auf jeden Fall ist das super, super süß. Ich freue mich sehr darüber. Mega schön. Und ja, ich nehme euch natürlich wieder mit, wenn ich es spiele. Also vielen lieben Dank. Ich verlinke euch unten von der Lillis Reich auf dem Etsy-Shop den Link, damit ihr natürlich die Artikel auch nachkaufen könnt, wenn es euch interessiert. Uhu, es ist da. Das ist der zweite Umschlag, auf den ich gewartet habe. Von Design bei dieser 82. Ich musste mir das tatsächlich aufschreiben, weil ich es nicht auswendig merken konnte. Und ich konnte das Seelen zu öffnen. Leute, 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 es geht los. Oh Gott, bin ich auch. Na ja, das wird ja die Rechnung. Brauchen wir natürlich nicht. Hallo Manuela, vielen Dank für deine Bestellung. Viel Spaß und Erfolg beim Sparen. Ganz liebe Grüße, Sandra. Oh. Schau mal, das ist diese Washi. Guck mal, das ist ja toll. So ein schönes Washi. Mensch. Ich freue mich jetzt total, das aufmachen zu können mit euch. So. Hoppala. Oh nein, es klebt an dem Fest. Ach, guck mal süß. Ein Traubenkuchen. Das ist ja cool. Sehr schöner Sticker. Vielen Dank dafür. Meine Güte. Ach, guck mal, ist das nicht schön. Ich habe mir einen Nebenkostentrecker bestellt. Ich mag es ja auch gerne, mal was auszumalen. Und der, äh, ja, Challenge. Entschuldige, Nebenkostentrecker. Challenge mit einem Nebenkostentrecker. Genau. Sehr schön. Ach, goldig. Und dann, habt ihr das schon mal gesehen? Sparkniffel. Ich liebe Kniffel. Cool, das ist wirklich so aufgebaut wie Kniffel. Sehr geil. Du hast sogar fünf Runden. Das finde ich ja immer mega. Ha, und die wollte ich unbedingt noch haben, bevor der Oktober zu Ende ist. Ähm, ja. Ich habe da so eine Challenge, die ich gerne austauschen möchte. Und zwar wollte ich dann noch diese Halloween-Challenge machen, wobei ich jetzt noch gar nicht weiß, ob ich sie jetzt wirklich diesen Monat reinnehme. Aber muss ich ja. Es ist ja Halloween. Von daher muss ja eigentlich mit rein. Ja, aber ich weiß auch noch gar nicht, ob ihr das Video dann seht und ob ich sie dann vielleicht schon drin habe. Ihr wisst ja, ich stelle euch diese, äh, Vorstellungen von den ganzen Produkten, die ich bekomme, die ich bestellt habe und euch dann zeige. Oft auch mal vor, wenn, ja, vielleicht der Monat dann schon vergangen ist oder wenn ich schon ein anderes Spiel reingemacht habe oder so. Ja, schauen wir mal. Ja, und das hier, das wollte ich unbedingt. Das ist wie Tetris. Oh, da bin ich so gespannt. Das macht bestimmt mega Spaß. Oh, und hier. 1000 Euro Challenge. Die brauche ich so dringend. Immer 10 Euro rein. Ach. Sehr geil. Ich habe die auch ohne Trecker bestellt. Man konnte, glaube ich, wählen, ob man mit oder ohne Trecker möchte. Und da ich noch so viele Trecker rumliegen habe, habe ich mir gedacht, nee, bestelle ich ohne. Oh, bin ich da glücklich jetzt. Also die muss natürlich diesen Monat unbedingt noch rein. Ich werde mal gucken, dass ich die jetzt im Oktober noch mit reinnehme und dass da auf jeden Fall was kommt. Ihr seht, ich sitze hier im Schneidersitz. Ich war nämlich ganz gespannt. Ich habe das ganz auf die Schnelle für euch noch gedreht. Ja, nur damit ihr es noch seht, was da heute noch Schönes gekommen ist. Und ich bin so happy. Die Spinne ist so geil. Oh, ich freue mich so. Ach Gott. Leute, das wird toll. Das Sparen macht so viel Spaß damit. Es ist so schön, dass so viele Menschen so tolle Ideen haben, damit ich schön sparen kann und ihr auch Spaß dran habt. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank auch, dass ihr meine Videos schaut. Ich bin mega begeistert und freue mich über jeden Teilnehmer, der sie anguckt. Und ich sage nochmal vielen lieben Dank dafür. Und ja, für alle, die Lust haben, weiterhin meine Videos zu sehen, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Vergesst nicht, ja, gerne auch mal einen Kommentar da zu lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt habe ich wahnsinnig Lust, mit euch die Sachen in den Beinen da rein zu tun und mit euch zu bespielen. Im Übrigen ist in meiner Spielebox noch was anderes dazu gewandert. Das werde ich euch aber dann zeigen, wenn ich es direkt einfülle. Ja, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Ich verlinke euch wie immer unten in der Infobox die Sachen, wo ihr sie auch finden könnt. Da ist doch bestimmt das eine oder andere vielleicht für euch auch dabei. Also darauf muss ich sagen, freue ich mich auch so mega, hier eine Runde Tetris zu spielen. Irre, wie die Leute immer alle auf diese tollen Ideen kommen. Also vielen lieben Dank, Sandra, für die tollen, ja, Produkte, die du auch gemacht hast. Bin sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich damit. Und freue mich sehr, ja, jetzt sparen zu können. Also bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns und sehen uns. Ciao. Ciao.